Musik Heute Nacht, heute früh halb fünf, waren bei uns minus 31,1 Grad in zwei Meter Höhe. Und am Erdboden minus 34,4. Ja, es ist schon was Besonderes, so eine richtig kalte Nacht mit minus 30 Grad. Aber bei uns hier in Kinnheide ist das schon öfters mal. Die letzte hatten wir ja vor ca. genau einem Jahr. Und so alle zwei, drei Jahre kommt das schon mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020